Wo? Wo bist du? Da. Oh, Pumis, der ist weg. Ja. Also jetzt habe ich hier so ein paar Framerate-Drops, ne? Vielleicht ist es einfach nur, weil das hier ein bisschen... ...so Open-World ist hier so ein bisschen. Ja, genau vor uns. Das ist der, nicht hier? Da. Da passiert gar nichts. Uuuuh. Ja, ich hab das mal... Ja, ich auch. Ich hab's einfach mal nachgemacht. Ah. Alles normal. Ganz cool. Gut, dann machen wir das... ...beschleunigen wir das hier mal. BAMS. BAMS. So, ich... ...ich geh auf die Seite hier hinten. Ah. Hilfe. Ein bisschen Schräglage jetzt grad. Zack. Na, wie lang denn noch? Kann man das Teil nur mit dem Schwert? Ah, ich versuch hier grad der Teil kaputt zu machen, aber irgendwie... ...will er mich. Jetzt. Ja, jetzt bin ich auch tot. Geil. Voll der Plan, ja, ey. Oh. Und tschüss. Hm. 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 Ja. Ja. Vorhin hat's ja auch funktioniert, aber irgendwie bei dem einen eben hat's nicht funktioniert. Das war das Problem. Geben. Gut. Da ist ein Sentinel. Wo hin? Nein. Gut. Gut. So. Aktivierst du ihn? Ja. Man sieht hier nur die Schwerter. So. Okay, jetzt einfach mal Augen zu und durch, oder was? Ui. Noch weiter runter, ne? Kann's auch nicht passieren. Ja. Das ist kein Problem hier. Bist sch... So bin ich noch richtig hier? Bist du noch tot? Also, oder bist du schon tot? Wo bist denn du jetzt? Ich bin tot. Aber ich bin... Wo bin ich denn jetzt? Auf der falschen Seite, oder was? Ich bin tot. Ja, aber ich bin... Ja, aber jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Jetzt. Ja, da habe ich ja schon ein bisschen was vorgearbeitet. So, was fehlt jetzt? Muss ich hier den... 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 Den Elevator holen, ja, ne? So. Ja. Da kommt jetzt was. Fliegen wir immer noch runter? Also, fallen wir immer noch runter mit dem Viech? Und wo fällt die hin? Jetzt nirgendswo. Hm. Lichtspiele. Schattenspiele. Einfach immer dem Weg folgen. Den Wegverlauf folgen. Werft rein? Nein, jetzt. Entschuldigen wir den Fennst. Ach, da. Alles klar! So. Keine Ahnung. Oder ich bin auch tot. So, wohin? Keine Ahnung, das war doch mal eine Landung. Punkt Landung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber warum ist er jetzt jetzt, waiting to respawn. Team-Mate-Combat-Gest. Ja, das geht weiter. Das sind Ekelviecher hier. Scheiße. Scheiße. Das sind Ekelviecher hier. Ja. Jetzt! Hä? Also irgendwas... Immer wenn wir dieser Checkpoint kommt, wenn wir jetzt von vorne anfangen, sehe ich mich erst einmal fliegen und dann... Jetzt, jetzt bin ich dran. Aber eben war das wieder da unten. So, da unten ist einer, der verschatzt sich. Der ist weg. Jetzt bin ich hier angeschossen von irgendwann. Genau. Halten wir. Halten wir das Gesocks mal hier vom... vom Hals. Ich dachte mal... Das war's schon? Ne, da sind ganz viele Platz. Ach, du bist schon tot. Kann ich... Ich weiß nicht, wenn wir da wieder wo warst. Das ist eine Explosion. Jetzt! Ah... Business as usual. Da oben ist... ... 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 Schwer zu schlagen. Echt? Ich dachte, ich... Ich habe ihn gerade... Jetzt hat er hier wieder gehakelt. Das ist der Kleine. Uah. Dann haben wir ihn vor. Ja. Wie die? Ich glaube nicht. Nein! Jöi! 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 Ja, aber guck mal, so So presche ich schon mal vor und versuche mal einige abzulecken. Ach egal, ich bin voll drin hier. So, hier noch höher, ne? Oder? Ne. Links hinzu. Da, ja. Ich bin hier gerade, ja, ich bin gerade gespawnt und habe dann einfach nur zugehauen. Ja, ich hole mir jetzt mal einen Needler hier, falls ich welche finde. Das muss ich jetzt mal erst mal zugehauen. Ach, man hat's schon nicht leicht. Ach. Ich würde gern... ...eine andere Waffe haben. Ich finde, ich jetzt gerade etwas blöd. Ich kann mal von der anderen Seite her... Ich kann mal von der anderen Seite her... Von hinten... Von hinten... Von hinten... Von hinten... Da ist noch ein Lieder. Oder ist nur einer? Hallo? Hallo? Die Tür? Im Halo Kundenzentrum. So. Hallo? Ich bin 343 Guilty Spark. Ich bin der Monitor von Installation 04.